Die Zukunft der Interfaces und der Schnittstellen zu Maschinen wird, glaube ich, eine sehr, sehr spannende werden, weil wir da, glaube ich, sehr viele Dinge erleben werden, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Gerade hat Microsoft eine Hologrammbrille herausgebracht, die sozusagen ermöglicht, dass wir mit einem Roboter gemeinsam auf dem Mars Steine untersuchen. Oder einfach im Raum verteilt digitale Dinge sehen, die wir so natürlich nicht sehen, sondern nur, wenn wir diese Brille aufhaben und wir werden da vielleicht ganz anders arbeiten in Zukunft. Ich denke, das ganze Thema Sichtbarkeit von Interfaces oder eben Unsichtbarkeit von Interfaces, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil da, glaube ich, sehr, sehr viel Innovation noch drinsteckt und zu erwarten ist. Und das Thema natürlich, wie nah lassen wir Technik an uns heran oder wann sagen wir bis hierhin und nicht weiter und das Augenimplantat möchte ich dann am Ende vielleicht doch nicht haben. Wir müssen auf jeden Fall zukünftig darüber nachdenken und mehr darüber nachdenken, wie wir Interfaces und Schnittstellen zu Maschinen und Computern gestalten, weil wir immer mehr damit konfrontiert werden. Und es ist ja so, dass, es wird oft vergessen, aber es ist tatsächlich so, dass in der Regel die Maschine oder der Computer ja zur Unterstützung des Menschen da sein soll, nicht umgekehrt. Und dass man das aber eben oft umgekehrt oder anders empfindet, ist leider Gottes auch immer oder sehr oft dem geschuldet, dass das Interface schlecht gemacht oder schlecht gestaltet ist. Tatsächlich ist es so, dass diese Schnittstellen bestenfalls immer menschlicher werden und immer angenehmer, immer schöner zu bedienen werden, weil das dem entspricht, wie wir auch mit anderen Menschen, mit unseresgleichen kommunizieren. Und wenn wir das schaffen, wenn wir die Oberfläche so gestalten können, dass sie dem entspricht und dem sehr nahe kommt, wie wir mit anderen Menschen kommunizieren, dann haben wir sehr, sehr viel erreicht, denn dann kommunizieren wir mit der Maschine sehr intuitiv. Denn die Kommunikation mit anderen Menschen lernen wir ja von klein auf und können das quasi aus dem FF, das müssen wir nicht groß lernen. Und wenn wir es schaffen, ein Interface so zu gestalten, dass wir es intuitiv bedienen können, und dass wir es intuitiv verstehen und intuitiv darauf antworten können, dann ist das eigentlich die Königsdisziplin. Technik wird sehr oft als kalt empfunden und als Fremdkörper, dem Menschen, also nicht human. Und ich denke, da wird sich auch zukünftig sehr viel tun, wenn wir mal an den ganzen Bereich der sogenannten Wearables denken, also Dinge, die wir anziehen oder uns anlegen. Das wird zukünftig auch ein großes Feld sein, in dem wir Innovationen sehen werden. Das bedeutet, dass wir einfach versuchen müssen, dieses Kalte, also selbst wenn wir ein sehr, sehr schönes Smartphone in der Hand halten, ist es immer noch eine kalte, glatte Oberfläche und sehr inhuman. Und wir müssen eigentlich versuchen, diese Schnittstellen zu der Maschine zu humanisieren. Also wir nennen das auch, oder ich nenne das auch Humanized Interfaces. Früher hat man eine Schallplatte aus dem Regal gezogen, hat die auf den Plattenspieler gelegt und hat die abgespielt. Und man wusste, wenn man die zurück ins Regal gestellt hat, wo ist die? Heute weiß man nicht so genau, wo ist denn eigentlich diese Musik, weil die hat keinen wirklichen Ort mehr. Sie ist in meinem Smartphone, aber sie ist genauso gut auf meinem Computer und sie ist irgendwo in der Cloud, wie wir sagen, aber sie hat keinen wirklichen Ort mehr. Und Menschen können aber sehr gut mit Verortung umgehen. Menschen können sehr gut sagen, das ist da und das ist da. Und es gibt ein sehr schönes Konzept, das mit kleinen achteckigen Holzelementen umgeht, die auch sehr schön aussehen, die sich sehr angenehm anfassen. Und da kann man dann sagen, da ist jetzt Musik drauf oder da sind Bilder drauf oder da sind Videos drauf. Und es gibt dann ein Abspielgerät. Ich nehme einfach dieses Holzstück und lege es auf dieses Abspielgerät. Und das Abspielgerät erkennt selbst, was ist auf diesem Holzstück drauf. Ist es Musik oder sind es Bilder? Und schaltet das entsprechende Gerät ein, wie zum Beispiel den Fernseher oder die Musikanlage und spielt das ab. Und das sind so kleine Gegenbewegungen, wo man merkt, okay, da wird versucht, auf diese Unbehaglichkeit, die oft auch da ist, mit technischen Geräten umzugehen, eine Antwort zu finden. Und das ist Musik. Das ist Musik. Vielen Dank.